Viele wissen es bereits, ich halte alle meine FIDA-Montagen sehr simpel und werde daher nur mit ausgeklügelten Kleinteilen gefertigt. Hier in dieser kleinen Aufbewahrungsbox befinden sich alle meine kleinen Helfer, die ich für alle meine Montagen beim Futterkorbangeln benötige. Angefangen vom Semifreilaufsystem, Schlaufenmontage, Seitenarmmontage bis hin zum Metatrick. Was sich in diesen einzelnen Fächer befindet, das erfahrt ihr hier in diesem Filmchen. Bleibt dran und seid gespannt. Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei MS Friedfischen TV. Für alle neue Gesichter, mein Name ist Michael Schwögel und meine Passion ist seit meiner Kindheit modernes Friedfischangeln pur. Auf, los geht's! Wir gehen einfach die einzelnen Fächer mal durch und ich erzähle euch was dazu. Es sei vorab bemerkt, dass ich alle meine Helfer hier in das robuste Aufbewahrungssystem Genius mit dem cleveren Verriegelungssystem untergebracht habe. Es ermöglicht mir jeweils einen Behälter oder gezielt mehrere Behälter, geht ein bisschen schwer, zu öffnen, ohne dass die anderen sich mit öffnen lassen. Diese Box ist somit für mich hervorragend geeignet zum Verstauen von Wirbel, Perlen, auch Beulis, Dumpels, Kunstköder habe ich übrigens in solche Boxen untergebracht. Kommen wir nun zu Fach 1. Im ersten Fach befinden sich die Doppelkarabiner Heavy und Light. Ich nehme da hier mal welche raus. Hier sind die größeren und die kleineren, die Light. Diese speziellen Wirbel baue ich in die Schlaufenmontage ein. Der Vorteil ist, der Einhängewirbel besitzt zwei Schließer, von links und von rechts. Man kann den Korb auf der einen Seite ein- und aushängen und auf der anderen sogar aus der gesamten Montage. So bekommen wir bei einem Spitzenwechsel schnell durch die Ringe, ohne die Montage zu zerstören. Oder wenn man gerne die vorgefertigte Montage auf der Rolle am Wasser aufbauen möchte. Man fädelt dies nur durch die Ringe und hängt zum Schluss den Doppelkarabiner Wirbel ein. Ich habe euch oben mal in der Infokarte die Schlaufenmontage verlinkt. Den Doppelkarabiner benutze ich auch bei meiner Seitenarmmontage. Auch hier oben seht ihr den passenden Link dazu. Nehmen wir nun das zweite Fach. Dort befinden sich die Japanese Wirbel in Small drin. Den Small verwende ich gerne für mein Semi-Freilaufsystem. Dieser spezielle Wirbel ist sehr resistent und zuverlässig. Der Schließer hat keinen überstehenden Draht, was zu Verwicklung führen kann. Im dritten Fach, ich habe schon geöffnet, seht ihr die Fiederkarabiner Wirbel. Ähnlich wie beim Doppelkarabiner hier, Wirbel, bietet er die gleichen Vorteile, nur dass das rotierende Teilchen im Mittelglied fehlt. Der Fieder-Doppelkarabiner kommt bei mir in Kombination mit einem Mikrowirbel Größe 20 mit ins Spiel. Ich habe den hier schon auf der einen Seite eingebaut. Diese Wirbel befinden sich, also diese Mikrowirbel in Größe 20, befinden sich im Fach 4. Und diese Kombination verwende ich statt dem Japanese Wirbel, das ist der hier nochmal, ebenso bei mir im Freilaufsystem. Weiter seht ihr in Fach 4 die Stopperperlen, die habe ich mit dem Wirbel untergebracht. Die haben einen ganz feinen Innendurchmesser und sorgen dafür, dass der Korb nicht zum Vorfach rutschen kann. Man kann durch die Perle eine Schnur bis zu 0,32 durchfädeln. Das ist einfach ideal, gerade beim Feedern. Den Film zum Semi-Freilaufsystem habe ich euch ebenso oben in der Infokarte verlinkt. Im fünften Fach habe ich die High-End Mikro-Silikonstopper verstaut. Diese ovalen, robusten Stopper sind so klein, dass sie sogar durch die feinsten Spitzenringe hindurch passen. Sie lassen sich bequem los, auch auf dicke Schnüre, wie zum Beispiel 0,30er Monoschnur, sauber auffädeln. Sie sitzen auf jeden Fall sehr stramm drauf, ohne die Schnur zu verletzen. Diese verwende ich sowohl beim Semi-Freilaufsystem, als auch bei der 13,5er Montage. Und schon sind wir bei Fach Nummer 6 angelangt. Dort seht ihr die Quick-Snap Swivel Light. Diese leichte Einhängewirbel verwende ich, um schnell das Vorfach zu wechseln und um das Vertrallen der Schnur beim Einkurbeln entgegenzuwirken. Ein unbeabsichtiges Aushängen des Vorfaches ist dank des zuverlässigen Schlauches nicht möglich. Da die Wirbel kaum etwas wiegen, sind sie für die unauffällige Köderpräsentation perfekt geeignet. Sie haben ihr Einsatzgebiet beim Freilaufsystem, bei der Schlaufenmontage sowie beim Seitenarm. Im siebten Fach befinden sich nochmal Japanese Wirbel, allerdings in Large, die ich seit ein paar Monaten getestet habe und für sehr gut befinde. Diese setze ich bei der 13,5er Montage ein, zum Ein- und Aushängen des Methods oder des klassischen Futterkorbs. Auch hier oben findet ihr wieder den Link zu der 13,5er Montage, allerdings mit einem Vorgänger Einhängewirbel. Was meint ihr dazu? Braucht man noch was zum Herstellen der Fiedermontagen? Falls ja, so schreibt es mir gerne unten in die Kommentarleiste rein. Ich antworte auf jeden Fall. Ich sage mal wieder Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Film. Euer MS. ... Untertitelung. BR 2018